Der verlorene Sohn ist zurück. André Schietzold spielt ab sofort wieder für die Eispiraten in der Mitschau. Der Routine macht den wichtigen Ausgleich. Der zweite Treffer für die Eispiraten. Super Gefühl. Wir sind mega stolz auf uns. Mussten es unbedingt noch mal spannend machen. Schlenker. Der Pass kommt nicht an, aber der kommt an. Tor! 2 zu 0. Schöner Querpass. Gute Situation für die Eispiraten. Die es da richtig gut spielen. Und dann ist es genau das Geburtstagskind André Schietzold mit Saisontor Nummer 12. Schietzold und der Treffer für André Schietzold. Ich gebe jedes Spiel 100 Prozent für den Verein. Und das 500 Spiele lang. Und jetzt die Chance für André Schietzold. Tor! Tor! Und der macht es im 500. Spiel. Der Junge war mit dem 2 zu 1. Solche Geschichten schreibt am Ende nur der Sport. Im Saanpark. Hören sie gar nicht mehr auf mit der Party. Schietzold vorn weg. Diesen Abend, den wird er nie vergessen. Und noch ist kein Karriere-Ende in Sicht. Und jetzt die Möglichkeit! Schietzold mit der Hoffnung für die Krippelschau-Fans. André Schietzold, den Rebound, den verarbeitet er. Guter Pass auf Schietzold. Und das 3 zu 2. André Schietzold geht da voran. Ja, der war's auch. Lässt er zwei Leute ausschweigen und der geht wieder durch die Hosenpräger. Der Anteilagorn war nicht mehr dran. Ja, und da macht es! Ja, der André. Die Tore für die wichtigen Situationen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Mein herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Rekord, den du von mir gebrochen hast, zum 635. Spiel, wie ich es erfahren habe. Aufbau-Pass da von Ole Ole. Wieder fair Pass, André Schietzold. TOR! Der Jubiläuer! Was ist das für eine Geschichte! Spiel Nummer 635. Aber für André Schietzold! TOR! Und der Jubiläuer, er macht es zum 2. Mal! Und nach Armit! Ja, in so einem großen Spiel, wo er den Rekord gebrochen hat, macht er auch noch 2 wichtige Tore. Ja, kann man nicht hoch belogen. Und ja, das war schön zu sehen, wie er heute gerade gespielt hat. Und dann gibt es den Alleingang für André Schietzold. TOR! TOR! Hier ist Piratenlegen, hier los wie die Feuerwehr! André Schietzold! TOR! 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 Untertitelung des ZDF, 2020